Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pulse of Darkness. Beim letzten Mal haben wir Moanders Dimension abgeschlossen und herausgefunden, wie Kämpfe ablaufen, wenn man etwas weniger Würfelglück hat als üblich. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt alles mal hinter uns und gehen wieder zurück in die Mondsee-Region. Ich habe unsere Leute wieder ausgerüstet. Wir haben also alle wieder den Kram, den sie vorher hatten. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt runter, der Seil runter. Und ich würde sagen, was als nächstes ansteht, ist Moolmaster. Und deswegen würde ich sagen, werden wir da jetzt einfach mal hinstreunen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das ist buchstäblich. Er ist aus einem Loch in der Erde. Oh, a heavily armed merchant carrying approach is the offer to show you their wares. Jo, schauen wir mal. Jo, heavily armed, sieht man. Also sie hat zwei Arme. Bye. Dafür seid ihr heavily armed, für den Kram, den ihr da verkauft. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir mal weiter. You stumble upon a group of humans. They pass by and leave you alone. Das ist alles soweit ganz angenehm. You run... A run-down way house lies near your path. Do we enter? Natürlich. A sour-looking innkeeper is polishing glasses. He looks up and points toward the south door. That's where you should rest. Keep out of the north room. Okay. Da ist der north room. Dann gehen wir erst mal in den south room. Warum immer. A cleaning woman sits on the bed. She startles momentarily before speaking to you in a wary voice. Okay. 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 What's all this then? Innkeeper's wife's report. Okay. Forgive my intrusion on your quarters. Ja, genau genommen sind das deine quarters und wir sind hier. Aber ist egal. I meant to be done with my cleaning, but I felt the need to rest for a moment. My husband and I have been running this house under severe duress for some time now, and I am wary. Evil seems to be on the run, but still we battle on. How much longer either side can hold, I do not know. What I can say is that Dark Moolmaster City seems to carry on with an invigorate desperation. Ja, das wären dann wohl wir. Guten Tag, ja. On what reasoning, I do not know. We dispatch them as we are able. Bitte? Also im Sinne von beseitigen, dispatch, jetzt. Okay, ihr beseitigt sie so wie ihr könnt. But our position is tenuous. For our safety we aid as many as we harm. Okay, das kann nicht funktionieren. Aber, bitte, bitte. Also ich meine, wenn da, weiß ich nicht, Mercenary Groups oder wer auch immer einfach die böse Armeen oder so vorbeizieht. Und ihr nur die Hälfte oder die eine Hälfte denen was Gutes tut, weiß ich nicht, kostenlos Getränke anbietet und die andere Hälfte umbringt. Dann ist es egal, ob ihr der ersten Hälfte geholfen habt. Verstehst du? Also, ich meine, das ist kein guter Plan. Aber gut, nicht mein Problem. I fear that for the good something must happen soon. Okay. Rast if you like and hunt well when you leave. Okay, tun wir mal so, als würden wir rasten. Okay. Und dann wollen wir mal schauen, was sich hier im Norden abspielt. Several warriors wearing the livery of Bane lies sprawled across the room. The innkeeper shouts, shouts. They didn't take well to our arsenic. The other room smells better. Okay, ihr habt hier also die, okay, ihr habt die hier rastenden Bane warriors vergiftet. Na gut, okay, ist gut, ist jetzt was Neues? Ne, gut, okay, das war, ja, ich würde sagen, gehen wir mal besser, ich meine, man weiß nicht. Also, es ist ja, ja, ich meine, jeder tut so, was er kann halt, ne? Ich meine, die tun, was sie können. Ich meine, wie gesagt, der Plan ist, ich glaube nicht, dass der lange hält, aber andererseits haben wir ja schon rausgekriegt, dass die Untergebenen von Bane derart dämlich sind. Also, die meisten zumindest, dass sie das wahrscheinlich gar nicht merken werden. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Was ist das hier? Center of Elmwood, Quert of Elmwood hier. Das ist auch Matschepampe. Kommen wir hier rüber. Ja, ja, you come upon a small village. Ja, a battle has been recently fought. Bodies lieh everywhere. Some are scorched with strange burns. Basilisks hear your arrival and attack. Das ist nicht so gut. Okay, sind aber nur die. Okay, nur mal sicher und so weiter, ne? Ihr wisst schon. Problem gelöst. Okay, das scheint ja hier, ähm, in einen Kampf auszuatmen. Äh, hallo. Cries of anguish come from near the fountain to the south. Okay. Wollen wir das untersuchen oder wollen wir das ignorieren? Hm, 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 hm. To the south, sagst du. Das ist hier. Hm, hm. Wird schon nix sein. Ah, hallo. Beholder is tormenting the surviving villages. As you approach, you are noticed. Ja. Ja, und da fällt uns auch wieder, äh, siebenteils ein, womit wir Moolmaster, die Stadt, die hier direkt daneben ist, in Verbindung bringen. Nämlich mit dem Moolmaster Beholder-Core. Äh, das wir ja definitiv dezimiert haben vor, vor, vor langer, langer Zeit. Aber, äh, vielleicht, äh, haben die sich, äh, wieder zusammengerauft, sag ich mal. Äh, aber auf jeden Fall ist hier erstmal ein einzelner Beholder, so wie es aussieht. It detects. Ja, es ist ein einzelner. Und wir sehen, warum wir kein Backstab mehr machen können bei Beholdern, weil die jetzt nicht mehr nur ein Kästchen groß sind, sondern vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, so, dann haben wir hier noch, mhm, das ist ja alles so interessant. Hm. Ein Hitpoint. Wirklich, ja? Spiel? Ein Hitpoint. Okay. So, jetzt müssen wir die hier mal wegmachen. Wie machen wir das am besten? Die kriegen wir mit einem Delayed Blast weg. Dann können wir uns nämlich das Zusammensuchen von, äh, Spiegeln sparen, weil ich gar nicht mehr weiß, ob wir noch genug haben. So, das muss bereichen. Hm. So, jetzt müssen wir den auch recht... Wunderbar. Okay. Congratulations. Okay. The weakened villagers, thank you. Our town has become too dangerous. We shall move on and seek stronger protection. Ja, das klingt mir nach einer guten Idee. There's a loose pile of loot in this room. Wow. Zwölftal... Okay. Mehr, als wir, äh, in den Kämpfen gekriegt haben. Hm, 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 hm. Ethic. Okay, money brauchen wir nicht. Okay, was ist das? Es sieht auch nur nach Mist aus, aber wir können ja mal detecten. Also Javelins, das werden wahrscheinlich Javelins of Lightning sein, brauchen wir nicht. Crossbows brauchen wir eigentlich auch nicht. Arrows können wir mal nehmen. Bowls haben wir eigentlich auch genug. Wir können es ja erst mal mitnehmen und identifizieren und dann ist gut. Javelins brauchen wir nicht. Okay. Search anmachen. Aber offensichtlich finden wir hier den Loot ja auch ohne Searching. Ähm... Looted food is scattered around the hut. Okay, das interessiert uns nicht. Okay. Das war's hier. Immerhin, haben wir ja was erreicht. You're about to leave. Ja, das war. Äh, nee. The black city of Moolmaster, do you enter? Gards, look you over suspiciously. Gards, look you over suspiciously. Das ist also sehr angenehm. Was wir aber mal machen können, ist, da ich voll vom Grass da aufsteige, will ich sehr. Können wir mal gucken, ob wir sie, ähm, ob wir hier irgendwo aufsteigen können. Benites pass you in the alley. Okay, ja, können sie ja. Können ja einfach vorbeigehen. Intoning an eerie chant. Okay, das singen sie schon. Das ist ja... Okay. Dann, das haben wir, schreiben wir uns auf aus irgendeinem Grund. Oh, das scheint einen guten Grund zu haben. The Benites chant. Into the labyrinth. Left step, right step. Step, step. Left, left. Into the labyrinth. Das ist so weniger ein Chant als, als eine Wegbeschreibung. Aber Benites halt, ne? Ich meine, das ist nicht die cleversten. Okay. Das war alles sehr hilfreich. Sign over the door reads animal pits. Äh. A cloaked man sits at a table near the door. He smiles. I'm recruiting for a traveling company. Ja, ja, natürlich, natürlich. With Bane in charge, the pickings should be pretty good. You look tough enough. Ja, das würde ich auch sagen. Wir sind zwischen Level 32 und 40. Ich würde sagen, wir sind tougher als alles, was du jemals gesehen oder sehen wirst. Hast. Ist es schon. But the Benites won't let me hire anyone who hasn't won at the arena. Okay, dann müssen wir uns aber vorher, müssen wir unseren, oh Gott, müssen wir uns aber vorher noch prügeln. Naja. If you win, think twice about signing on with Arkham. Arkham. Okay. Ja, das würde ich sowieso tun. Aber, gut. Too orderly for my taste. Ah, okay. He returns to drinking. Ach so, da sollen wir dann auch bei dir vorbeikommen. Naja, ich weiß nicht, ob das unbedingt hilfreich ist. Was sollen wir denn mit einer Mercenary-Gruppe? Wir sind unsere eigene verdammte Mercenary-Gruppe. Ähm. Okay, wir suchen, äh, was zum Aufsteigen. Training Hall. Training Hall. Hallo. This is a private training hall. Private. Wir trainieren nur. Okay. Our outsiders aren't welcome. Do you bribe him? Ja. Thank you. Okay, sagen wir nicht mehr, wie viel, Brian? Willst du deinen Freunden das mitteilen? Wie viel du... Ne, will er nicht. Ähm, he speaks quietly to the northwest door and then pretends not to notice you. Okay. Das hat funktioniert. Dann können wir jetzt aufsteigen. Das ist gut. Level 33. Wie schön. Danke. Blöder Lepp. Ähm. Okay. Temple of Bane. Lachen wir mal gucken. Welcome to Bane's Temple. A sense that you are not worshippers. So be gone. Das ist praktisch. Accurate weapons. Want anything? Ja, mal gucken. Oh. 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 Plus zwei. Gar nicht schlecht. Ähm. Ja. Nehmen wir mal zur Kenntnis, dass es das hier gibt. Gards block away. You are not authorized to proceed further. The high imperceptor has declared that outsiders must prove themselves in the arena to gain access to more of the city. Okay. Ja, ich sehe schon. Wir müssen irgendwie in der Arena kämpfen. Hilft ja nix. Animal pits. This run down bar is nearly empty. One young lady wonders up to you. Das ist immer gut. Eine runtergekommene Bar mit nur einer Frau drin. Das ist immer hochinteressant. Was passiert hier? I've heard of you from the resistance. Okay. Wir müssen mal mit der Resistance reden. Das ist nicht gut, dass die uns ankündigen. If you are tough enough... Wie können wir das nicht sein? Egal. If you are tough enough, pass the tests at the arena. It's the only way to reach the Beholders. Und das wollten wir schon immer. Wer meint zu den Beholders? Ja klar. Mal gucken, wie es denen so geht. Oder was? Oder zum Tee trinken. Oder Augentropfen austauschen. Oder so. It is they, not the imperceptor, who control the city. Ah. Okay. Do not let yourselves be brought before Arkham. He will recognize you. Ich weiß zwar jetzt aus dem Kopf nicht, woher, aber durchaus möglich. Ich meine... Wir sind ja allgemein bekannt und... Arkham? Arkham? Ich weiß gar nicht mehr. Aber ich meine, vielleicht können wir Arkham dann zum Ableben überreden. Auf unsere eigene Art. Das wäre da auch eine Möglichkeit. Wollen wir mal schauen. Okay. Also nicht zu Arkham. Sleeping Dragon? Welcome to my rooms are ten... Platinum. Fuck off. Also nur mal kurz. Eine Goldmünze ist so ungefähr das Monatsgehalt eines Arbeiters. Und du verlangst für eine Nacht zehn Platinum. Eine Platinum-Münze sind... Fünf Goldmünze oder zehn? Das vergesse ich immer. Zehn, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ziemlich teuer, will ich damit ausdrücken. Äh, Animal Pits. The smell of sweat and rotting meat of all worms. Oh, es ist gut. Äh. Hm, hm. Du, 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 du. Das heißt... First... Fehlt da nicht ein I? Muss das nicht Justicia? Oder ist das ein... Just Icar? Also, meine Fete, ist das ja ein neues Apple-Produkt. Gucken wir mal. An officious man looks you over. Justica? Nee, es könnte Justica... Justica? Ich hätte... Ja? Ja, stimmt. Nee, wird wahrscheinlich Justica heißen. Okay. Ähm, an officious man looks you over. You look like Vagabonds. Okay. Ja, in unserer... In unseren Plattenpanzern plus fünf, die so teuer sind, dass man dafür ganze Königreiche kaufen kann. Ja, klar. Natürlich. I'm almost certain you're breaking many laws. Ja, being awesome. This is... Äh, do you wish to confess? What? Fuck off. This is most unseemly. Still, to stay and improve yourself in town, you must pass the test at the arena. You need only survive three rounds. Will you go? Oh, ja gut, offensichtlich müssen wir das. Ja, hilft nix. Machen wir das auch. You make an arcane gesture and you are elsewhere. Du musst nicht so mysteriös tun. Spiele hat uns teleportiert. Das können wir auch. You're at the center of a large... Obwohl, andere teleportieren. Das kann ich so einfach. You are at the center of a large Colosseum. Da fehlt mir auch ein L, aber vielleicht bin ich heute Morgen einfach nur ein bisschen komisch drauf. Above the walls are seated richly dressed men and women. Sand grates beneath your feet. Roars echo from beyond metal lattices. Ja, da haben wir schon gehört, da sind Animals irgendwo drin. Das ist ja... Ach, das sind Animals hier. Barriers rise from the walls. Creatures leap out and attack. Das sind keine Animals. Also, nicht im engeren Sinne. Spiel. Das sind Monsters. Also, ich würde da doch ein bisschen unterscheiden wollen. So. Hups. Zwei. Schwarze Drachen. Mehr nicht. Okay. Kriegen wir die Beide mit einem Zauber? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh, doch. Mhm. 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 Okay. Äh... Warum bist du eigentlich immer vor Wertner dran? Das ist frustrierend. Verwertner. So, das müsste sich ja jetzt im Wohlgefallen auflösen, größtenteils. Äh, nee. So, das war jetzt so schwer, nicht? The Crouch here is. A shot goes up. The next round. Okay. Ja. Iiii, gittifull. Okay. Völlig harmlos und sehr gefährlich. Nebenan, hier sind mehrere Gates. Ja. Oh, ja. Jetzt haben wir schon drei Gruppen. Vier. Okay. Das könnte ein bisschen unangenehm werden, obwohl wir jetzt eine bisschen bessere Rüstungsklasse haben. Die können, ich glaube, poison, ne? Also, die kann auf jeden Fall irgendwas unangenehmes. Und... Wir machen einfach mal... Blade Barrier haben wir ja genug von. Ich müsste übrigens mal wieder neue Heel-Zauber memorieren. Äh, jetzt werden wir ja wieder häufiger Heel brauchen als Blade Barrier, denke ich. Du, mach mal Guard. Wieso ist es jetzt schon wieder Feuer dran, ne? Bitte. Dann machen wir eben jetzt... Haben wir einen normalen Fiber? Ja. Äh... Brauchen wir noch einen zweiten. Wir können ja auf Nummer sicher gehen. Wollen wir nicht, dass wir hier in der Arena auch nur verletzt werden. Das würde ja äußerst unsouverän aussehen. So. Okay, gefährlichen Monster. In Anführungsstrichen gefährlichen Monster. Also sie waren vor, ich sag mal, ein oder zwei, anderthalb Spielen waren sie gefährlich. Jetzt sind sie ja eher nur noch lästig, weil wie wir ja gelernt haben, kann man auch durchaus Würfelpay haben. Und The Quarchiers, next round, okay. Weil wir müssen ja hier nicht beim Arena kämpfen vor allen Leuten irgendwie unsere Leute verlieren. Das ist das, The Pyrosnake. Na, euch hätte ich auch noch zeichnen können. Das sieht ja irgendwie ein bisschen matschig aus. Ach nee, das ist der Kopf da in der Mitte. Mit dem Auge. Ah, jetzt sehe ich es. Okay. Okay, hier haben wir das. Okay, wo ist hier das Problem? Hm. Nehmen wir an, das Problem soll sein, dass wir keine Feuerbälle benutzen können. Ja, okay. Bitte. Macht, macht ruhig. Okay, die kriegen wir mit einem Schlag kaputt. Das ist, ja, er macht ein bisschen Schaden, ich hab's schon gemerkt. Ja, das sieht so gefährlich nicht aus. Oh, ah, Fire Resistance, hm. Oh, wir haben jetzt sehr schön, sehr schön. Ja, bitte. Ja, bitte. Bitte. Ehrlich gesagt, würde ich ganz gern, dass Fafrit erstmal aufsteigt. Ähm, nee. You shall answer for your inciting ways. Upsala. Haha, hallo, was ist das? Ja, ähm. Gut. Ich wollte eigentlich nur aufsteigen kurz. Aber bitte, bitte, bitte. Dann musst du eben sterben, Elder Orb. Wenn das dein Plan war, dann war er nicht besonders gut. Bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also wir müssen im Endeffekt zu Arkham. Ähm, was ich mich gerade frage, ist, ob wir, äh, hier noch das einfach wiederholen können, die Scansel, äh, was wir gerade gemacht haben. Also die Arena-Kämpfe. Äh, wo ist Ritter? Da. Ne, 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 nicht so viel rumlaufen, ja? Ja. Ja. Und so. Dankeschön. Oh! Okay, so. Mhm. Gears from the crowd, ring in your ears. Okay. Ich möchte mal ganz gern aufsteigen. Das ging nur hier. Hm. Ja. Thank you. Train. Fafrit. Level 40. Fafrit. Um Fafrit müssen wir uns auch keine Sorgen mehr machen. Der ist auch am Level Cap. Sehr schön. So, dann gehen wir noch hier kurz rasten, auch wenn es 10 Dings kostet. Ja, ja. Yes. Yes. I got some venison roasted not but three days ago. Das klingt ja hochinteressant. Ähm, so. Dann wollen wir mal gucken. Ob uns Arkham noch sprechen will. Da, 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 da. Escard Warrior with a single arm stance as you enter. Welcome to the challenge of the arena. Ja, wir waren hier schon vor zwei Minuten, aber es ist, vergiss es. Äh, if you wish to achieve anything in the city, you must accept the challenge. Ja. Good. Bravier is far more important than me a flash and pain. Hm. Okay. Ja, das ist ein paar Leute. Wacht, warte, 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 warte. Bla, 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 bla. Okay, das machen wir alles. Ja, alles normal machen. Okay. Oh, Farfred, ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Wir machen das jetzt nur für dich nochmal. Mal gucken, ob wir es besser hinkriegen. Wir machen das jetzt nur für dich, aber trotzdem kriegen wir euch beide. So, kommt vorbei. Ah, okay. Ist das, ist das jetzt ein anderer? Weil ich meine, den letzten haben wir totgesch... Äh, ja, wir kommen mit. Du brauchst dich nicht so aufzuregen. Äh, he leads you down into the... The letter you came down is drawn into the ceiling. Das hatte ich mir gedacht. Wir kommen hier nicht zurück. Das ist fair. Oh, God. Okay. Nip, wir kommen hier nicht zurück. Und ich würde sagen, äh, das Erkunden dieser Höhlen heben wir uns fürs nächste Mal auf. Ähm, da sehen wir uns hier wieder mit mehr Pools of Darkness. Also, bis dahin. Tschüss.